Rot-Left-Hand Ich hab' irgendwo geöffnet Ich hab' irgendwo geöffnet Aber so lange nicht mehr gespielt Dass ich nun gar nicht mehr weiß, wohin ich muss Aber wahrscheinlich bin ich ja... Ich bin hier nicht gekommen So ein Geräusch Ach, das ist das Schlimme an solchen Spielmann Das sind die Scheiß-Geräusche Hallo! Hallo wieder! Oh ja, wir sind richtig Okay, okay Sind wir irgendwo? Nirgendwo? Dann mach' die Tür öffnen Rottel, 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 rottel Hallo? Mutti? Nicht da Hm, war ich ja noch nicht? Ich weiß noch eins, da muss ich irgendwie rauskommen Ich hab' keine Klinkachtauer drüben Wir rütteln einfach in der Mitte Okay Jetzt kann ja nichts passieren Das ist ein scheiß Raum Früher hatten die in der Entwicklerversion immer noch Die komische Statuen, die ich dir angeguckt hab' Hast du dich aber... Uh, erschreckt! Können wir das aufmachen? Nein! Drum laufen wir weiter, weißt du schönes Ich muss mal gucken Ich muss mal kurz schauen Ob Ob Die Anzeige hier Wer wäre da? Ich hier Äh Vergritt Ne, die Hat doch Tretter Oder er kann Leute Wie gesagt Wer wäre da? Ach, ich mag ja dieses Ich mag ja dieses Was ist hier los? Komm, ist noch nicht da Es ist ja dunkel Wo sind meine Hände? Ist das Licht ausgemacht? Schon? Ne Das ist eigentlich Total simples Spiel Wer hört was? Ja, schnell rein Ja, kann ich Hallo? Oh, jetzt sind wir diese Klassiker Bin ich fast schreckhafter Diese Spiele Als erst hier Fahrer Normal Activity Sind das so ein großer Raum? Oh ja Oh, da ist was Geh mal hin Geld Geld ist hier wichtig Weiß nicht, wo oben Schönes Holzbesteck Ist doch schön Liebes eingerichtet hier Aber ich höre mal Komische Geräusche Oh, das ist ein großes Rüttel, rüttel, rüttel Was ist denn das? Ach, die Dresche, ne? Mhm Von ein paar Viechern Muss man glaube ich wegrennen Manchen darf ich nicht angucken Irgendwas ist Gegenüber der Entwickler Sind die hier noch bei der Oculus Death Kit 1 Und 2 Das hat sich komplett gewandelt Hier ist eine Tür Hier schon reingemassen rumgucken Ach, scheißegal Wir gucken mal wie man zu Hause ist Hier ist gar nicht schwer verschlossen Es war dunkel hier Es leuchtet das noch oder ist es aus? Es war denn das? Oh ja Es war aus Es geht doch durchaus heller Ja Sieht gut aus Wir gehen mal rein Eine große Kiste Da hat sich gelohnt hier rein zu gehen Das wird sich gleich zeigen Es ist eine komische Handbewegung die man hier machen muss Ey Nee Ich bin mir nicht sicher ob ich den wohnen Was ich Nee Achso Ja, gut Ja, man ist gut Ich hab's gelesen Eine riesen Kiste mit so einem Stück Stück Papier hier Noch mehr Weil der einfach die anderen hat Man hört ja irgendwelche Schritte Ich mag solche Spiele eigentlich nicht So Ich hatte jetzt eine Fahrer Die anderen hatten Freunde Eine Familie Für die war es Ja, weiß ich Wird auch nie Ich hab die Brille aufgesetzt Da war ich da Dass ich mit ihm und Seh rum bin Was sehe ich Dass ich ein Mädchen war Oh, ein Mädchen ist hier Fühlte sich deswegen nicht wohl Was ist das für ein komisches Ding hier Ich hab nur ein bisschen Angst sich umzudrehen hier Weil man weiß Das sind ja die Schreckmomente Aber wir wissen ja Da kann nichts passieren Was soll hier schon passieren? Okay Alles gut So happy together Immer singen Ob man hier wüsst So, wir sind erst mal wieder hier Hier war es ja eigentlich schön Wo hier ein bisschen dicht ist und so Kann ich so eine Kacke ist die auch aufmachen Könnt ihr eigentlich den Chat oben sehen Die hier haben Nee, aber Ihr seht da glaube ich nicht Hm, den könnt ihr glaube ich nicht sehen Das ist ja nur mit der Neuen Oculus Home Software Oculus Dash Kann man den hier reinbinden Im Desktop Das ist eigentlich sehr praktisch Okay Okay Das sind das hier auch Kartoffeln Ziemlich platt, oh Leute Komisch, komisch, komisch So Die Scheine Ich bin hier um ein Ohrteil zu empfangen Uh, wie nett Wenn ich das Hä, hä Ich erinnere mich an den Nervenkitzel Wie mein Herz raste Wenn ich nur daran dachte herzukommen Diese Anziehungskraft war zu stark Zu schwer zu widerstehen Äh, irgendwie Man möchte es ja eigentlich nicht Ja, flüstert hier denn Und diese Klassiker Eigentlich passiert ja nur Stau, die scheiß Töne Die heben doch den Spannungsbogen Noch eine Rolle Ich frage, wie sollen aussehen Sind sie Eigentlich kann es sich nicht vorstellen Was für Säulen überhaupt Schon wieder dunkel hier Ah, wir haben Licht dabei Häh Hm Hm Da hab ich immer in den Keller Wo hin denn jetzt? Ob es eine Tür Oder hab ich jetzt was verpasst Da drüben noch was gewesen? Jaaa Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ich stehe Hier Warum stehe ich? Mhm Warum spinnt der? Das ist kein gutes Gefühl, wenn das so steht Ich kann nichts bewegen Gibt's ja nicht Das ist ja nicht so wirklich flüssig hier Was es gespeichert hat Dass es gespeichert hat Mal raus und wieder rein gehen Weil ich besser aktiv habe Aber es hat mir kein Bild mehr Mensch, das lief in der Definition besser Okay, ich mach's nochmal zu und schau's nochmal Wo ist denn? Wo ist denn? Da oben Was kann ich alles gar nicht sehen? So, bitte ist bloß nicht wieder jetzt am Anfang stehen Anscheinend speichert er ja automatisch Bestimmtes Fenster im Vordergrund hier, oder? Ähhh Jaaaa So geht er das nicht So richtig läuft das doch noch nicht mit Okunus rum Ähhh Ok Ich glaube jetzt geht's wieder Möchten wir bloß Gleich dort sein, wo wir jetzt Mal gucken bitte Nee Jungs Da war ich doch schon Ich dachte da hinten Ich kletze mal die Tür auf War ich richtig? Bin ich nicht richtig? Wer hab ich denn davon? Könnt ihr das sehen? Sieben Ja Wir wissen, dass es nicht passiert Die laufen durch Moment mal Hier sieht's ja ganz anders aus Ist ja krass, das passt sich anscheinend immer an Eieieiei Ist ja eine fiese Sache Ein immer neues Reservierend Das ist ja Ich weiß doch früher auch schon so Hm Hallo Hallo Wahrscheinlich Ratten hier Eine Tür Vor Türen hab ich keine Angst Sind grundsätzlich nett Wo bin ich die jetzt? Ist das ganz anders? Ey das ist ja krass Das finde ich ja echt krass, dass es komplett anders ist Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Beten die irgendwas? Ja mal ist mir alles klar Sehe ich jetzt nicht Äh Äh Jetzt ruhig schnell mal mit Das ist echt Das ist aber echt cool Immer wieder neues Abenteuer Was ist das hier? Mach dich sowas mit mir Mach dich sowas mit mir Das ist doch dein Grab Junge Das ist ein bisschen krass hier Das ist so ein Anderraum So ein Gebetsraum oder was? Hier ist keine Tür So Wenn es jetzt dunkel wird Muss ich vielleicht doch mal Mal das Licht anmachen hier Heute haben wir überdurch So Ah Und es wurde Licht So ist mein Bauch Geh wieder in die Tür Weg Hattet ihr ihn vornelassen und verschwindet oder was? So nicht Oh Kommt wie eine Gänsehaut Warum? Ist doch eigentlich Quatsch Alles nur Quatsch Hier gibt's Bier Ist doch viel schöner So Jetzt habe ich gar nicht meinen Becher dabei Wer war denn das? Der schwarze Mann? Darf ich den angucken? Ist die Frage Wahrscheinlich mag der bloß Mag der kein Dicht Diese kleinen, kleinen, blöden Schreckmomente Hier ist nichts weiter Außer Schreckmomente Let's go home Das ist Dunkelheit Oh ne, das ist nicht Ey, da ist so ein hässliches Gesicht, da geh mal hin Das sind so viele Gesichter sogar Wie schön ist das denn? Wir lesen öffnen die Schrift Vielleicht gibt's da noch einen Hinweis Ja, ein gesehen Ja, ein von ihnen Ja, ein von ihnen Wer denn? Ja, Schatten Ich hab auch ihn gesehen Er stand in der Ecke Der sah mich mit seinen gelben Augen an Seine Gestalt bewegte sich Und veränderte sich Doch er verschwand Bevor ich ihn merken konnte Das wäre ich gut so Das gibt's hier wirklich Ja Anscheinend ist er nicht groß gefährlich So, wir reden ja mit der Mit der irgendwas Läuft mal drei Meter gleich aus der Puste Oh, hallo Warum hast du uns geweckt? Schau, du weilei Das war nicht meine Absicht Zwei Münzen bezahlen Na ja, klar, die haben wir doch Über diesen Ort Wie du hier herkommst Über ihre Schwestern Die Schwestern, wie du hier herkommst Das war eine Idee Du wurdest von den Schatten hierher gelockt Von ihnen verzaubert Du hast den Schritt in die Finsternis getan Du wolltest dich in ihren Bann begeben Du bist nicht als deren Chef Sie sehen eigentlich ganz nett aus Sie sehen eigentlich ganz nett aus Nach die Nach die Pfff, okay Wir fragen mal ihre Ihre Schwester Was die so meint Wart ihr allerdings Wo ist sie? Rede sofort Warte mal teurer Warte mal teurer hier Bucher Über dich selbst Über die Münzen Über die Leichen Ich hab keine Leichen gesehen Über mich selbst Ja, ich Psychiater oder was Noch ein Wanderer Von jenseits der Mauern dieser Welt Wanderer Okay, jetzt werde ich mir auch helfen Das ist So als drei Münzen zu verlangen Das ist ja wohl Das allerletzte hier So, wir gehen weiter Da ist eine Tür So Okay Ist eigentlich jemand Ein Chat Jetzt hab ich extra den fixiert hier oben Den er gar nicht sehen kann Nischlos Ich wollte nochmal ausprobieren Zumindest ein Hinweis Ob Alles funktioniert Das wär auch schön Es ist doch dunkel hier Gott Das ist stockduster hier Das zeug ja Licht Let´s turn it on Ein dunkler fieser Raum Nie gut Nie gut Jetzt ist die Nichts los Ach man Ich mag das jetzt schon nicht mehr Muss er erstmal links gehen Whats? Wow, hier sind mal viele, viele, viele Wege. Führung nach irgendwo. Hallo? Ah, sehen Sie doch. Die Skulpturen müssen verändern. Verordnet es? Meine Fresse. Das Viech wird sich bestimmt auf mich gleich nicht stürzen, sondern auf mich gucken. Ganz subtil. So machen sie es nicht immer. Wo geht es noch weiter? Scheiße, ist das groß hier. Das sind die Leichen. Geht's doch gut. Genau. Genau das kenne ich nämlich schon. Ich hoffe, ich werde nicht wegdrehen, du alter Vogel. Oh Mann. Die simple Effekte sind echt die schlimmsten. Ich könnte jetzt rückwärts gehen. Aber... Da kommt was von hinten, sag ich dir. Kannst du mal sagen, da hinten was kommt? Oh, die fiesen Säcke! Oh, die fiesen Säcke! Die kann ich mal schneller. Der Fadi ist fertig. Die sind alle fies hier, also wirklich. Das ist aber ganz fies gemacht. Gut, dass der Ton kam, sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass ich von hinten gleich so Fleisch störe. Soll ich die Tür mal zu machen, vielleicht muss ich dann plötzlich flüchten? Da ist eine andere Tür. Boah, ist das komplex. Wieso ist denn das so komplex? Boah, ist das so komplex? Mh, eh, 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 eh. Oder Horror. Die kommen echt am besten rüber. Große Gänge. Für hässliche Wesen. Alter. Was soll denn der Spaß? Hier ist was Schönes. Vielleicht alle. Ohne Licht gehen wir ja nicht weiter. Das fehlt nicht mehr noch. Ich war frei. Ich war in einem echten Wald. Was ein leichter, frischer Regen mit so einer Haut. Ja. Man weiß nicht, dass sie vorsichtig umdrehen. Scheiße, das wirkt immer gut. Aber die machen mir anscheinend nichts. Die beobachten, die wahrscheinlich nicht, weil ich schaffe. Meine Frage, wie die Säulen aussehen. Die Farbe ist ja schon mal gestellt, Vogel. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab nix. Hm, der macht nix. Ich hab keine Angst vor dir. Vielleicht ein bisschen. Ich geh jetzt hier rein, weil ich kein Licht mehr habe. Ich hab auch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Auf nur einem Weg raus. Ach Gott, hab ich schon Angst vor einer Wand. Oh, happy day. Oh, happy day. Okay. Ich hab'n bisschen gerade bleiben. Schaukel auch schön. Oh, Mann, ey. Ich hab'n keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich hab'n schon gelaufen im Kreis. War ich hier nicht schon? Hier war ich schon. Wir gehen auf keinen Fall nochmal hin. Ich hab'n schon mal. Ich hab'n schon mal im Kreis gelaufen. Scheiße, nochmal. Hab'n schon mal gesagt. Man sagt nicht scheiße. Krass ist das groß hier. Gibt's ja keine Karten. Hallo. So kleinen Räume hier, wo man sich erschrecken darf. Ist doch schön hier. Kann man nicht gleich jemanden. Ich hab'n schon mal. Licht anmachen. Was weiß'n das immer? Was für ein ekliges Geräusch. Hm. Vielleicht will ich kaum nicht weitergehen. Kommisch halt. beobachten die stunde werden gucken ob ich es schaffe ich glaube nur die anderen wesen sind fies klingt komisch ja ja auge das auge ist mit so ist es diesen bereich haben anscheinend geschafft mussten wir nicht da drüben weitergehen hell yes okay okay wir schaffen auge dabei ich habe eine karte wahrscheinlich da wo ich natürlich überall war und das wäre das ja okay das ist dazwischen oder was hatte wortelicht okay zwar ist nicht so gefährlich muss ich sagen alles überlebt wenn sie münzen münzen ich gehe aus ich freue mich wünschen man ich brauche spät haben wir eigentlich moment so alles noch gut kollegen ja sehe ich noch richtig so ist mein chat über den kopf das habe ich irgendwie verschoben aber egal bräuchlich ich brauche eigentlich gar keine ich kann ja dunkel durchgehen ich glaube nicht so gar nicht vielleicht könnte man ja eigentlich auch einen guten cut machen weil ich die animation es geschafft habe drei flaschen habe ich nicht fünf alles so gut okay stress mach mich nicht nervös denn wenn ja auch größer raum hast du mir jetzt schon wieder ist echt kurios doch wenn hier war ich doch früher oder Genau, ist doch der Raum wieder hier. Alles super. Hier kann ich bleiben. Alles einsacken hier. Dann machen wir langsam gleich Pause hier. All die Weile. Ein guter Bereich dafür ist. Alles einsacken. Noch eine Tür. Das ist wirklich schade für dich, Kollege. Man kann halt nicht immer gewinnen. Na, wir müssen mal probieren, was nachkommen. Wir haben mal Glück und finden gleich das nächste Teil. Ja. Hör doch mal die scheiß Geräuschen immer auf. Also das... So, dass er jetzt durchkommt. Nein. Aber vielleicht geh ich trotzdem irgendwo anders an. Da ist auch noch eine Tür. Ich habe keine Angst im Dunkeln. Hm. Besetzt. Die Böse ist? Das wollen wir nicht herausfinden. Ich glaube, die Rente sind einher. Machst mich tot. Gut. Okay. Ich mach mir die Tür einfach. Ah. Sag was. Buh. Okay. Warum hast du uns geweckt? Vier Münzen ist das echt? Es ist Wucher bei euch. Warum bist du hier? Wo du so vor warst. Ja? An einem grauen Ort, weit jenseits dieser Mauern. Ein Ort, wo wir keine Augen haben. Wo nichts sich anzusehen wert ist. Warum brauchst du hier höhere Augen? Ich geh euch. Wir gehen nach Haus. Rabummel. Rabummel. Rabum. Tschüss. Oh, ne Tür. Schaut auf. Eeeh. Geht keiner da. Muss nichts heißen. Doch, hinter mir ist einer vorbeigelaufen. Ist ja nicht schlimm. Ich hab mich ja nicht gesehen. Zwei. Ganz fies. Das Opfer. So sind wir hergekommen. Was hab ich Opfer? Nichts hab ich Opfer. Meine Zeit. Ihr seid echt eklisch. Was wird denn hier rumgeschleppt? Hausmeister? Keine Angst. Vielleicht ein bisschen. Ist ja hier lang gelaufen. Kann mir nichts passieren. Das zurückläuft wieder. Scheiße. Meine Fresse. Er schreckt mich doch nicht alle. Dann muss ich erst vorbei. Guck mal da. Ja, hässlich. Ah, siehst du? Da war ein Auge zugedrückt. Oder zwei. Das ist mir echt zu viel, dieser Raum hier. Ich geh weg. Nach Hause. So, der andere ist vorbei. Kann nicht ganz so schnell laufen, weil... nicht ganz so schnell läuft. Das muss man drehen müssen. Oder kommen wir gleich hier entgegen. Kann natürlich auch sein. Was war denn das? Woody, bist du auch hier? Ich hau dich mit in Dittrich. Ich schreibe diese Zahlen und... Wie, wie... Wie, wie, wie... Wann jemand? Sie finden solltest. Kannst du meine Spur fallen? Vielleicht können wir nur helfen. Doch, ich frage mich. Wer bist du? Möchte ich dich auftreffen? Was weiß ich nicht. Du bist ja jetzt! Du hast bestimmt die Zettel hingelegt. Du altes Biest. Auch schade, dass es jetzt nicht weitergeht. Jetzt muss ich dann nämlich zurück. Obwohl das andere hässliche Viech war. Scheiße. Not so easy. Ich bin falsch. Fahrgur, langläuft. Welcher Kühlerwinter. Das Fenster aufgemacht. Drehen wir nicht um. Bitch. Ist er bis hergegangen? Ja, kommt er. Scheiße. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Die hat ja ganz schlechte Augen. Die müssen aus dem Augenarzt. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Bitch, ich bin weg. Okay, der läuft wieder. Jetzt bist du an der Scheißt Tür. Muss ich kommen irgendwie. Wollte an den Vogel vorbeilaufen. da schaue ich das auch jetzt schon ach hier ist es mir habe ich schon alles gesehen in sicherheit nicht nicht so viel nicht so schnell rennen wir schon wieder öffnet ihr euch die wenigste angst vogel dort steht schon mehr scheiße ich glaube ich habe mich entdeckt das ist das dumme oh haltbar diese scheiß streckmomente das war schon in dem bauch ich will bloß ein scheiß auge haben nehm ich scheiße ich bin gefärbelt da hätte ich gerade rein oh scheiße alles nicht so nett hier warte mal bin ich hier reingegangen da kam das Viech gleich klar ich hole es auch schon wieder ich hole es auch schon wieder oh oh für mich freigehalten das ist ziemlich schön mit der Ecke hier noch nicht die Tür ist offen jetzt hier die Tür ist offen scheiß scheiß nicht wieder schon wieder da wo ich wahrscheinlich schon war doch ja ja ich war noch nicht doch jetzt wollen wir hier hin ja hier waren wir noch nicht Kollegen oh nein ich habe es gewusst was soll denn der scheiß was muss ich mal umgucken hier kannst du mich sehen ich sehe dich mal gucken mal gucken irgendwo weiter geht das tut es nicht ist ja schade wenn ich hier auch nicht herkommen müssen ok was du hast ja 11 verändert du sahst anders aus du sahst anders aus du sahst wie so einer aus Alien ganz fieses Spielchen machst du ja ganz fieses Spielchen sag ich dir ja du kriegst eine auf das komm mal schade eigentlich dachte ich jetzt weiter ich muss runter wieder rechts alles gut war meine Ehre geht sogar rechts wie nicht rechts ist besetzt scheiße muss da rein da durch und dann wieder rechts weg tschüss und weg das geht das geht das klingt ja echt ganz eklig das klingt ja echt ganz eklig oh boah eh komm ich hier an ah ja hier schon wieder ich habe keine Angst vor dir ja machst du es über bumm aber scheiße ich bin wieder verkehrt ist das auch nicht das Ziel ah bist du mal und der andere läuft sich da draußen rum ich muss raus nächste rechts und gerade runter das ist ein neuer weg oh und ein komplexer dazu oh let's turn it on mhm mhm Tür mhm 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 was sind jetzt hier machen wir mal machen wir mal machen wir mal machen wir mal diese Bewegung sie sind echt ein ein Vaterunser wir haben es jawohl rein ins licht das habe ich alles das ist jetzt hoffentlich gespeichert das Spiel automatisch jetzt hier kann ich ja nicht speichern mal so mal gucken das ist eine Uhrzeit hier das ist natürlich sehr schön tun wir das Auge noch drauf und dann reicht das für jetzt genug geschwitzt Auge her Auge rein machen wir jetzt auch nicht nein das machen wir jetzt nicht mach es gut lichtlein okay das soll soweit gewesen sein danke fürs zugucken äh wir gucken dann was danach passiert ja alle Augen sind da es muss jetzt irgendwann ins Finale vielleicht schon kommen keine Ahnung wenn sowas wie ein Finale ergibt okay Dankeschön erst fürs Zuschauen und auf Wiederschau